Hallo, mein Name ist Philipp. In diesem Video erfährst du, was nicht-lineare Funktionen sind. Du solltest daher bereits die folgenden Begriffe kennen. Funktion, Funktionsgraf und lineare Funktion. Überprüfe dein Wissen selbst, indem du das folgende Quiz machst. Pausiere das Video bei den einzelnen Fragen, um sie in Ruhe beantworten zu können und schreibe am besten deine Antworten auf ein Blatt Papier. Also, schnapp dir ein Blatt Papier und einen Stift und schon geht's los. Frage 1. Eine Funktion ist eine Zuordnungsvorschrift, aber wie wird sie definiert? Frage 2. Wie zeichnet man einen Funktionsgrafen und was ist eine Wertetabelle? Frage 3. Was ist eine lineare Funktion, welchen Funktionsterm hat sie und wie sieht sie grafisch aus? Konntest du alles beantworten? Perfekt! Pausier wieder das Video, damit du in Ruhe deine Lösungen vergleichen kannst. Antwort 3. Wir wollen uns etwas genauer anschauen. Wir müssen lineare Funktionen gut kennen, um sie von nicht-linearen Funktionen unterscheiden zu können. Lass uns noch einmal hervorheben, was lineare Funktionen sind. Eine lineare Funktion entspricht immer der folgenden Funktionsgleichung. f von x ist gleich k mal x plus d. Der Buchstabe k vor dem x entspricht der Steigung der Geraden und der Buchstabe d in der Gleichung entspricht der Schnittstelle der Geraden mit der y-Achse. Du erinnerst dich bestimmt noch daran, dass f von x das gleiche ist wie y. Du könntest demnach auch y ist gleich k mal x plus d schreiben. Diese Schreibweise findest du normalerweise auch in deinem Schulbuch wieder. Schau einmal nach, welche der beiden Schreibweisen du in deinem Buch findest. Als Beispiel für eine lineare Funktion betrachten wir f von x ist gleich 2x plus 1. In der Abbildung siehst du den zugehörigen Funktionsgrafen in grün eingezeichnet. Die 2 vor dem x entspricht dem k aus unserer allgemeinen linearen Funktionsgleichung und die plus 1 dem d. Zum besseren Verständnis zeichnen wir sie noch in die Abbildung ein. d, also plus 1 ist somit die Schnittstelle der Geraden mit der y-Achse und das k, also 2 oder genauer gesagt plus 2 entspricht der Steigung der Geraden. Merke dir, dass jeder lineare Funktionsgraf einer Linie oder genauer gesagt einer Geraden entspricht, weshalb auch der Begriff linear sehr passend ist. Jetzt stellt sich allerdings vielleicht die folgende Frage. Sind alle krummen Linien nicht lineare Funktionen? Schauen wir uns dazu die folgende Abbildung an. Sie sieht ein wenig aus wie ein einfach gezeichneter Fisch. Es ist also eindeutig keine gerade Linie oder mathematischer keine gerade. Handelt es sich dabei aber überhaupt um eine Funktion? Was meinst du? Nimm dir kurz Zeit und pausier das Video. Die Auflösung folgt gleich. Die Antwort lautet Nein, es ist keine Funktion. Wie erkennt man, dass das keine Funktion ist? Dafür gibt es einen sehr einfachen Trick. Mach den Stifttest. Schnapp dir einen Stift und halte oder lege ihn auf die y-Achse. Du kannst es mir einfach nachmachen. Ich zeige dir, wie es geht. Liegt der Stift einmal auf der y-Achse, überprüfe, wie oft der Stift die Abbildung schneidet. Schneidet der Stift die Abbildung mehr als einmal, so kann es sich nicht um eine Funktion handeln. Erinnere dich, ein x-Wert darf nicht mehr als einen y-Wert haben. Wurde der Stiftest bereits an einer Position nicht bestanden, das heißt gibt es mehr als eine Schnittstelle, dann hast du bereits gezeigt, dass es sich nicht um eine Funktion handeln kann. Du kannst den Stift aber auch parallel zur y-Achse weiterschieben und überprüfen, ob du weitere solche Stellen findest. Schauen wir uns noch eine Abbildung an. Ist das eine Funktion? Was meinst du? Mach am besten gleich den Stiftest und pausiere dafür das Video. Die Antwort folgt gleich. Ja, das ist eine Funktion. Der Stiftest wurde bestanden, da es keine Stelle gibt, bei der der Stift die Abbildung mehr als einmal schneidet. Schauen wir uns noch ein letztes Beispiel an. Ist das eine Funktion? Was meinst du? Pausiere wieder das Video und versuche es selbst herauszufinden. Die Antwort folgt gleich. Nein, dieses Mal ist es keine Funktion. Der Stiftest wird zwar auf der rechten Seite der y-Achse bestanden, aber auf der linken Seite der y-Achse nicht. Vergiss also nicht, die gesamte Abbildung zu überprüfen. Mit Hilfe des Stiftests konntest du nun überprüfen, ob es sich bei einer krummen Linie überhaupt um eine Funktion handelt oder nicht. Du konntest somit folgendes feststellen. Nicht jede krumme Linie ist automatisch eine nicht-lineare Funktion. Für nicht-lineare Funktionen gilt somit der folgende Merksatz. Notieren dir am besten. Entspricht der Funktionsgraf keiner eindeutigen Geraden, so ist die Funktion nicht-linear. In diesem Video hast du dir folgendes angeeignet. Du kannst nun feststellen, ob es sich bei einer Abbildung um eine Funktion handelt und nicht-lineare Funktionen anhand ihres Funktionsgrafen erkennen und von Linie an unterscheiden. Im nächsten Video kannst du dein Wissen vertiefen und testen. Schön, dass du mitgemacht hast. Bis zum nächsten Mal.